Wie alt seid ihr? Ich bin zwölf. Wie alt? Zwölf, dieser. Wie alt bist du? Also, ich bin zwölf. Ey, was ist zwölf? Der ist zwölf Jahre alt und ist jetzt noch online, der Typ. Was ist zwölf? ...genannt werden willst. Keine Ahnung. Wie heißt du denn? Einfach Kroatien. Also, also in echtem Leben heißt ich... Äh, nur Jonas. Frisch ausgedacht, aber gut, Jonas. Hä, ich hab' ausgedacht, was willst du? Sagst du zu lange überlegen, bisschen wie alt du wär wie du... Nein, da ist noch einer! Wieso kämpfe ich alleine in dem Vierer... Gibt's doch nicht! Die sind beschäftigt mit sich zu quatschen, die Typen. Statt mir zu helfen, ey. Genau, warum spielst du denn ohne Brille? Keine Ahnung. Ja? Gibt irgendwie zu dir zwang, oder ist das Hass auf? Gut, meine Frage davor war... Äh, hast du morgen keinen Spiel, oder warum hast du so lange? Äh, äh, ich hab's... Äh, ich hab's nicht... 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 Ah, mein Gott... Ich hab's nicht... Ich hab's nicht... Ich verpiss mich hier, der kann alleine kämpfen, ey. Äh, aber warum hast du eine heilige Stadt? Ich hab's nicht... 1.000 Millionen Gegner? Ja, 1.000 Millionen Gegner. Ich hab' ich die alleine gelassen. 2.000 Millionen Gegner. Ja, lasse... Ja, das, die... Aah, ich seh nix. Ich seh nix! Hier geht seine Brille an, ne? Ich kann es auch mit der Brille... Kann es auch mit der Brille zucken. Wie denn? Ich hab Kopfhörer an. Ich hab's doch... Ich hab's doch auch mit Brille und mein Kopfhörer. Ja, was... Warte! Ich hab auch keine Ahnung, wo meine Brille ist. Ich seh nix, ehh. Da redet ja ununterbrochen, der Typ! Ja. Wer soll mal spielen? Wann wir aufs Sacken? Warum braucht ihr Geld dafür? Ihr ehrt euch alle, meine Freunde! Ich spiel das Spiel, das gefühlt 5 äh... ne... Ich spiel das Spiel, das gefühlt 2 Monate ist. Ich hab keine Szene, ich schreit auch nicht. Ey, ich weiß, was das für ein Schlawiner ist du. Äh, äh, Skins gehören. Der hat Skins. Oh Mann, das hab ich je immer. Mit mir kommen kaum keine Leute rein, die keine Skins haben. Das ist schon immer so gewählt. Ich hab keine Skins seit 2 Monaten. Also gut. Das Safe-Schwaffe bitte und so. Wenn man das so bedroht, dann hat man Skins. Das merke ich schon doch, ne? Was machen die da alle, ey? Was machen die Skins? Was machen die Skins? Was machen die hier für einen Kuschelkurs, ey? Kann mir das einer erklären? Was machen die hier für einen Kuschelkurs, ey? Kann mir das einer erklären? Hier hier. Ich hab's wieder bekommen. Ich hab's wieder bekommen. Ich hab's mal ein Kuschelkurs. Ich hab's so 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 ein Kuschelkurs. Ich könnte jetzt auch 500 Euro rein cashen. Dann stell ich mich ja hin und geb an oder was? Ich hab's so ein Kuschelkurs. Ich hab's so ein Kuschelkurs. Ich hab's so ein Kuschelkurs. Nein, Gott, du hast auch den Battle Pass, man. Nö, wie klar. Du hast die Battle Pass, die Bickex, Digga. Schleid dich vorne aus deiner. Der Battle Pass gibt's. Ich hab's so ein Kuschelkurs. Ich hab's so ein Kuschelkurs in unsere Lobby. Warte, ich adde dich. Und dann schenken wir die Battle Pass. Ich spiel die Spiele seit neu. Ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert. Okay, okay. Wir kommen nachher in unsere Lobby und wir schenken die Battle Pass. Bei mir kommen halt keine Anfänger rein und wir adden uns. Ich will niemals die Battle Pass schenken. Ich hol eine Ausflugelack. Ich schenke meine Battle Pass. Okay. Meine Mutter, Digga. Meine Mutter, Digga. Meine Mutter, Digga. Das ist für Eltern, ey. Wir haben 0 Uhr gleich. Was ist denn? Mann, warum geb ich überhaupt mit sowas ab, Mann? Das pisst mich schon wieder so an. Ich weiß das auch nicht. Wie lange spielt ihr alle Fortnite? Siehst du am Skin, oder? Boah, die definieren sich so über Skin, ne? Wie lange spielst du Fortnite? Wie lange spielst du an meinem Skin? Ich spiel die Spiele... Also, ich hab nen Bruder, der hat diese gelbe... diese blaue Banane auch. Es juckt mich nicht. Wahrscheinlich schafft er die selber, aber willst du verarschen? Gott, nein, Battle Pass. Oh Mann, das... das triggert mich schon wieder so. Das macht mich schon wieder so aggressiv. Ich finde es so lustig, mit der Unterhaltung. Oh, Digga, bitte schenkt Battle Pass, Digga. Kann man alle bitte verschenken? Oh mein Auto kommt. Oh mein Auto. Ich hab' den Lobel. Da hör' ich zu schießen. Ich kippe! Ja, dann bricht es nicht zu der Blühel. Oh, ich hab' den Blühel mit Revolver. Ich fühl' mich jetzt wie Ninja. Oh, ich hab' den Blühel mit Revolver. Oh, das ganze Skott mit Revolver. Ich fühl' mich jetzt wie Ninja. Oh nein. Kannst du... Ah... Ah... Danke, Mann. Ey, komm, du... Mann, nicht alle bitte passen. Jetzt sei mal ruhig, bitte. Äh... Äh... Ey, halt den Scheiß treffen, so dumm. Ne, sag' ich nicht. Sag' ich auch nichts, ey. Ich sag' auch nicht. Ich sag' ich, das ist das wieder so triggern, Alter. Das hasse ich in meinen Teams. Immer so eine Person kommt, ich hab' kein Battle Pass. Äh... Wir haben doch nicht. Was ist ein Battle Pass? Was ist ein Battle Pass? Was ist immer Battle Pass? Was ist immer Battle Pass? Ja, okay, so schlichtweg was ist auch nicht. Das ist einfach nicht. Ein Meeresbettnäu und so. Ein Meeresbettnäu und so. Wir sind so ein Video. Oh, ich hab' äh... Oh, klein Kipa A2 1. Was ist das? Was ist das? Pass auf, pass auf, pass auf. Da kommt eine Pakete. Hä? Ach so, daher kommt das. Ach so, daher kommt das. Wir sind so kippen. Au. Autsch. Wo sind die? Irgendwo auf dem Berg oben snipern. Bruder? Ah, der redet auch. Er ist... Äh, der redet. Mein Bruder... Mein Bruder bildet mich. Er ist alles. Er skinnt alles. Juckt mich nicht. Boah, wieso definierst du dich für sowas? Guck mal hier! Guck mal hier! Boah! Ach so? Boah, ich geh'n Kopfschmerzen. Du, das sind drei Stück, Alter. Ja? Boah! 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 Intensiv, ey! Ich glaub, du müsst euch teilen! Ja, muss ich. Mit... Äh, äh, äh! Was? Seid wann gibt's zufüllen? Ja, seit wann gibt's zufüllen? Ja, seit wann gibt's zufüllen? Boah, das Kitty, der hört nicht auf zu reden, ne? Oh, nein! Seid wann gibt's zufüllen? Ja, seit wann gibt's zufüllen? Ja, ich geh'n gestrumpft, Digga. Ja. Ja. Boah, woher hast du diesen Skin, Digga? Ich hab' ihn gestrumpft, Digga.